Immer wieder ist ja von Thermoblockmaschinen und von Kesselmaschinen die Rede. Es geht oftmals um Einkreiser, Zweikreiser, aber was bedeutet das eigentlich alles? Ich versuche das hier mal so ein bisschen zu erklären. Also eine klassische Kesselmaschine, nehmen wir hier mal exemplarisch das Glas Wasser, wird letztendlich mit Wasser gefüllt und dieser Kessel wird jetzt beheizt. Das heißt, wir haben hier einen Behälter, der quasi erhitzt wird, das Wasser wird warm, ein Teil des Wassers verdampft und sammelt sich quasi in der Kuppel dieses Kessels. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wenn wir jetzt Milch schäumen wollen zum Beispiel, oben aus der Kuppel entsprechend Dampf zu entnehmen und damit unsere Milch zu schäumen. Der untere Bereich, der wird quasi unten abgezapft, dieses Wasser nimmt man dafür, um dann den Espresso zu brühen oder den Kaffee zu brühen. Letztendlich unten ist das Kaffeewasser, oben ist letztendlich der Bereich, der für den Dampf zuständig ist. Wenn man das Ganze jetzt zweikreisig macht, dann heißt das nichts anderes. Ich habe wieder einen solchen Kessel, gleiches Prinzip, unten Wasser, oben Dampf und jetzt mache ich da einen zweiten Kreis rein. Das heißt also, dieser Kessel hier ist eigentlich ausschließlich für die Dampfproduktion zuständig und das Kaffeewasser, das führe ich durch eine solche Leitung und wird dann quasi erwärmt, indem ich das durch diesen heißen Kessel letztendlich führe und habe dann hier die Möglichkeit, das ein Stück weit ja auch besser zu kontrollieren, was die Temperatur letztendlich angeht. Das ist also jetzt der Unterschied zwischen einem einen und einem Zweikreiser. Das hat auch den Riesenvorteil, dass ich eben tatsächlich gleichzeitig schäumen kann und eben auch Kaffeebezug machen kann. Wie sieht das jetzt bei den Thermoblockmaschinen aus? Da habe ich nicht einen solchen Kessel, sondern bei einer Thermoblockmaschine habe ich einen Durchlauferhitzer. Ich hoffe, dass man das so ganz gut sieht. Und da geht es halt letztendlich darum, wenn ich jetzt ein einkreisiges System habe, also Wasser kommt letztendlich rein in das System, wird erhitzt durch eine elektrische Heizung und wird dann entsprechend erwärmt, sage ich mal, entweder an den Siebträger gegeben oder ich kann damit eben Dampf machen. Das heißt, beim Einkreis habe ich halt diese entweder-oder-Geschichte, entweder Kaffeewasser oder Dampf. Der weitere Unterschied ist bei solchen Thermoblockmaschinen ist einfach, dass ich natürlich nicht ein solches Dampfvolumen zur Verfügung habe, wie ich es jetzt beim Kessel habe. Das heißt, wenn ich das jetzt hier umstelle auf Dampfbezug beispielsweise, dann nimmt der Durchlauferhitzer immer einen Schluck Wasser, verdampft das und gibt das dann impulsartig immer entsprechend an die Dampflanze ab. Das heißt also, auch vom Schäumverhalten her ist das ein bisschen anders. Man muss kleinere Pitcher nehmen, das ist ein bisschen aufwendiger und man muss ein bisschen mehr Technik haben, wenn man mit einem solchen Thermoblock eben schäumen möchte. Gelingt aber auch ganz gut, wenn man da so ein paar Tricks und Kniffe anwendet. Wenn wir das Ganze jetzt mal als Zweikreiser betrachten, dann haben wir letztendlich genau genommen zwei Thermoblockmaschinen. Das heißt also, einmal habe ich einen Thermoblock nur für den Dampfkreislauf und einen Thermoblock eben für das Wassersystem, für das Kaffeewasser. Und hier habe ich eben den Vorteil, dass ich auch hier wieder parallel arbeiten kann. Während der Espresso letztendlich läuft, kann ich eben gleichzeitig die Milch schäumen. Das sind eigentlich so die großen Unterschiede zwischen Thermoblockmaschinen und Kesselmaschinen. Ich persönlich empfehle für zu Hause eigentlich immer die Thermoblockmaschinen, weil die eine recht kurze Aufheizzeit haben und nicht so lange brauchen, bis ganze Systeme durchgeheizt sind, wie eben bei Kesselmaschinen. Andererseits, wenn ich sehr viel Wert lege auf großes Dampfvolumen und ich will viel Milch schäumen, weil die ganze Familie ausschließlich Latte Macchiato trinkt, dann würde ich definitiv eine Kesselmaschine empfehlen.